Herzlich Willkommen zu einem Korea Checkpoint. Heute mit Herrn Michael Schnedlitz, Generalsekretär der FPÖ. Herzlich Willkommen beim Korea. Vielen Dank für die Einladung. Am Freitag hat es eine große Demonstration gegen Rechtsextreme gegeben in Wien. Hat sich die FPÖ davon angesprochen gefühlt? Nein, gar nicht. Natürlich kennen wir das Spiel, dass wenn jemand dem System unangenehm wird, dass man ihn als Rechtsextrem versucht zu punzieren. Dieses Spiel versucht man auch mit der Freiheitlichen Partei. Aber wir sehen uns als Partei der Mitte und wir vertreten die Mitte der Gesellschaft. Das sieht man auch beim Zuspruch, den wir haben. Und da fühlen wir uns dann auch von den Demonstranten nicht angesprochen. Wobei eines ist schon interessant an dem Ganzen, wenn man beobachtet, dass man versucht natürlich da mitschwingen zu lassen, dass die FPÖ angesprochen wird und gleichzeitig sagt man, man demonstriert, um die Demokratie zu schützen. In Wahrheit demonstriert man da, weil man anscheinend Angst vor der Demokratie hat und Angst vor einem Wählerwillen. Und es ist schon interessant, was da mitschwingt, weil das ist so ziemlich das Antidemokratischste, was man tun kann. Und dann hilft es auch nichts, wenn man sich in der Überschrift für die Demonstration gibt, wenn in Wahrheit jeder sieht, was da dahinter steckt. Das ist die Angst vor einem Wählervotum. Und das heißt, die Angst in Wahrheit vor der Demokratie, wie wir sie alle seit Jahrzehnten kennen und schätzen gelernt haben. Das ist, ich meine, das ist mein Gefühl ein bisschen neu, dass sich die FPÖ als Partei der Mitte bezeichnet, weil an und für sich nicht rechtsextrem, das haben Sie jetzt gesagt, aber zumindest rechts. Wir haben eine dementsprechende Größe die letzten Jahre erreicht, wo man definitiv nicht davon sprechen kann, dass die FPÖ am Rand steht. Und die Themen, die wir vertreten im Schulterschluss, eben mit der Bevölkerung, wie wir seit Jahren leben, die führt zwangsläufig dazu, dass man eine Partei der Mitte wird. Und da geht es gar nicht darum, wie sich die FPÖ selbst bezeichnet, sondern wie uns zum Beispiel die anderen, die SPÖ oder die ÖVP oder manche Medien gern bezeichnen würden. Das ist rechts am rechten Rand oder manchmal sagt man auch extrem dazu, um uns zu punzieren. Die Volksseele hat schon ein sehr, sehr gutes Gespür, wo die freiheitliche Partei wirklich steht. Viele durchschauen, dass Herbert Kickl einfach ausspricht, was die Mitte der Gesellschaft denkt und was sehr viele in diesem Land denken. Das hat sich seit Jörg Kaira nicht wirklich verändert und dass man uns da punzieren versucht. Mit dem können wir schon sehr gut leben. In der Volksseele und in der breiten Bevölkerung greift der Sonne hin keinen Milchplatz. Es ist natürlich, also der Ausgangspunkt waren ja auch die vielen Demonstrationen in Deutschland. Dort wiederum war der Ausgangspunkt dieses mittlerweile berühmte Potsdamer Treffen, wo auch Martin Sellner dabei war. Wie wird dieses Treffen eigentlich in der FPÖ beurteilt? Das Interessante, was ist, ist, dass man versucht, ein nahe Verhältnis zur FPÖ herzustellen. Und was kein Journalist dazu sagt, ist, dass Politiker von der ÖVP dabei waren. Und auch in Deutschland von der CDU, sprich von der Parallelverschiebung von der ÖVP, Kommunalpolitiker bzw. Familien von Kommunalpolitiker von der ÖVP, Kärnten, soweit ich weiß, war ja ganz klein als Randnotiz ja auch bereits schon in den Medien. Aber im Gesamtschwung versucht man, das irgendwie unter den Tisch fallen zu lassen. Und dass mehrere CDU-Politiker natürlich auch dabei waren. Was die Parallelverschiebung zur österreichischen Volkspartei in Deutschland ist, das kommt auch nicht wirklich aufs Tableau. Aber ja, das sind die Spielchen, die vor allem von, teilweise von Medien, nicht vor allem, aber teilweise von Medien gespielt werden, die kennen wir zu Genüge. Beim Volk kommt das nicht an. Die wissen sehr wohl, mit welchen Tricks da gearbeitet wird. Und deshalb sehen wir auch das komplett gelassen. Aber wie ist das Verhältnis jetzt konkret zu Martin Sellner? Und die Identitären gibt es ja so nicht mehr als Verein, sondern, glaube ich, die heißen jetzt die Österreicher. Dasselbe Verhältnis wie immer, nämlich ein Nicht-Verhältnis wie zu anderen NGOs. Es gibt durchaus Inhalte, die wir teilen, aber so wie wir auch die Inhalte mit anderen NGOs teilen, wie teilweise durchaus, was den Tierschutz betrifft, mit NGOs und Ähnliches. Bleiben wir nur kurz, weil Deutschland ist auf der europäischen Ebene. Die FPÖ, es hat Treffen gegeben mit der AfD. Man ist auch mit der AfD beim Bauernprotest gemeinsam marschiert. Jetzt hat es aber Meldungen gegeben von Marie Le Pen oder Georgia Meloni, die eigentlich die AfD kritisiert haben und sich da ein bisschen distanziert haben. Wie sieht man das in der FPÖ? Wir arbeiten mit der AfD auf europäischer Ebene zusammen. Und dementsprechend geht die Arbeit weiter. Warum man sich jetzt in Frankreich oder in Italien vor wem auch immer distanziert, das dürfen Sie leider nicht mich fragen. Das müssen Sie dort anfragen und erfragen. Aber wir haben uns noch nie als freiheitliche Partei irgendwie vom Ausland beeinflussen, lenken oder sonstiges lassen und machen es auch in diesem Fall nicht. War durchaus ein interessanter Besuch von der Frau Weidel hier in Österreich. Hat auch großen Anklang an Zusehern und so weiter gefunden. Und dementsprechend werden wir unseren Weg auch fortsetzen in der Zusammenarbeit auf europäischen Ebenen, nicht nur mit der AfD, sondern, wie Sie wissen, auch mit anderen. Die AfD, die Frau Weidel hat vorgeschlagen, dass sie in Deutschland abstimmen lassen möchte, ob Deutschland weiterhin in der EU sein soll oder nicht. Wäre das auch eine Idee für Österreich? Zurzeit sehe ich diese Idee nicht. Jetzt wird einmal abgestimmt, nämlich, und das steht eh vor der Tür, bei der Europawahl, welche Parteien, nämlich Österreich, also vertreten sollen in der Europäischen Union. Und da kann ich schon zum einen oder anderen Erdrutsch kommen, auch europaweit. Und der Grundgedanke wäre ja, dass sich etwas ändern muss in Brüssel. Dass sich etwas ändern muss beim Ausverkauf der österreichischen Interessen. Dass sich etwas ändern muss, was unsere Souveränität betrifft und unsere Selbstbestimmtheit, weil da der Zug zur Zeit in die falsche Richtung fährt. Und da kann zum Beispiel die österreichische Volkspartei in Österreich behaupten und predigen, was sie will, wenn dann die europäische Volkspartei in Brüssel bei diesem Ausverkauf die ganze Zeit mitmacht. Und deswegen ist jetzt einmal der Wähler am Wort. Das ist gut so. Und dann schauen wir, was da herauskommt. Und das ist die Abstimmung, die jetzt ins Haus steht. Und ich bin schon neugierig, was dabei herauskommt. Wie wichtig wird eigentlich die EU-Wahl in der FPÖ genommen? Es ist so, man hat manchmal den Eindruck bei den österreichischen Parteien, die EU-Wahl, die läuft halt mit. Die muss sein. Und eigentlich, es ist alles nur in Richtung der Nationalratswahl. Natürlich ist die Nationalratswahl im hohen Jahr... Aber trotzdem, der Stellenwert der EU-Wahl. Was will man da zeigen? Ich führe den Satz zu Ende und dann komme ich dazu. Natürlich ist die Nationalratswahl, wie Sie es selbst gerade angesprochen haben, die Wahl, auf die Österreich blicken wird und die wichtigen Weichenstellungen vorannehmen wird. Und das ist bei der EU-Wahl nicht so der Fall. Aber sie ist natürlich wichtig. Weil wenn die Falschen gewinnen bei der EU-Wahl, dann geht der Zug weiter Richtung Zentralstaat, Europa, weg von der Selbstbestimmung. Und deshalb ist gerade für uns freiheitlich hier eine Trendwende oder wäre eine Trendwende wichtig. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man bei der EU-Wahl von seinem Wahlrecht Gebrauch macht, damit sich auch auf europäischer Ebene etwas verändern kann. Rechnen wir eigentlich damit, dass der erste Finger zeigt, dass man Nummer eins ist? Schauen wir mal, was passiert. Sie wissen, dass die Mobilisierung für eine freiheitliche Partei bei der EU-Wahl nicht gerade einfach ist. Lassen wir uns überraschen. Die Stimmung im Land ist gut. Die große Weichenstellung wird es nicht werden und noch nicht werden. Aber lassen wir uns überraschen. Möglich ist alles. Vor Weihnachten hat der grüne Vizekanzler Werner Kogler praktisch zu einer Allianz gegen die FPÖ und vor allem gegen Herbert Kickl aufgerufen. Weil er sagt, wenn Herbert Kickl kommt, dann kommt das ungarische System, dann kommt Urbanistan, wie er es genannt hat, nach Österreich. Wie hat man es in der FPÖ aufgenommen? Wenn Herbert Kickl kommt, dann wird endlich wieder einmal Politik für die Bevölkerung gemacht. Die Menschen sind es ja gar nicht mehr gewohnt, dass es Politiker gibt, die in ihrem Sinne arbeiten und in ihrem Sinne auch Programme umsetzen. Ehrlich war der Herr Kogler, weil in Wahrheit ist das das mal ausgesprochen, was in Wahrheit seit mehreren Jahren in Österreich passiert. Da gibt es diese eine Einheitspartei, bestehend aus Schwarze, aus Grüne, aus Rote, aus Rosa-Rote und alle gegen die FPÖ. Jetzt hat es halt einmal jemand ausgesprochen, was in Wahrheit schon gang und gäbe ist. Diskutieren wir durchaus, dass auch einem Regierungspolitiker einmal ein ehrlicher Satz über die Lippen gekommen ist. Für uns selbst hat das natürlich keine Auswirkungen, weil in Wahrheit ist ja das das System, das seit Jahren auf Schiene ist und er zuckt er fort. Egal, ob es jetzt ein Regierungspolitiker einmal ausspricht oder auch nicht ausspricht. Ja, es ist natürlich in der Konsequenz, würde das heißen, angenommen wir wählen im September, FPÖ, Herbert Kickl, geht als Nummer eins ins Ziel, kommt als Nummer eins ins Ziel und wird dennoch nicht in der Regierung sein. Da hat ja einmal der Herr Kogler gesprochen, nicht die österreichische Volkspartei. Und jetzt weiß ich schon, dass da irgendwie man versucht mit zu verkaufen in der österreichischen Volkspartei, na mit dem Kickl, auf keinen Fall. Wir selbst wissen nicht, liegt das an der Angst der ÖVP vor dem Herbert Kickl oder steckt ein taktisches Spiel dahinter, dass man versucht ein bisschen mit zu transportieren, FPÖ zu wählen oder Kickl zu wählen. Das sei sowieso zwecklos, weil mit dem werden wir eh nie was machen. Faktum ist aber schon eines. Wenn man bürgerliche Programme umsetzen will und ich weiß, nicht alle, aber dass es durchaus auch in der österreichischen Volkspartei noch Politiker gibt, die ein bürgerliches Programm umsetzen wollen, dass man dort sehr wohl eins und eins zusammenzählen kann. Das heißt, was jetzt mit 37,5 Prozent und einem Mini-Koalitionspartner, den Grünen, nicht funktioniert, dass das dann die nächsten fünf Jahre in der ÖVP noch weniger funktionieren wird, wenn man sich von der Stärke heraus halbiert hat, das heißt aus einer Position der Schwäche heraus, und wenn man dann nicht mehr einen Koalitionspartner von links hat, sondern vielleicht sogar noch einen zweiten, oder ganz sicher sogar, einen zweiten Koalitionspartner von links dazu. Also wenn man bürgerliche Politik machen will, was durchaus einige noch wollen, dann dürfen wir da jetzt nicht jedes Wort auf die Waagschale legen und dann wird nach der Wahl alles andere sein und wer weiß, wer nach der Wahl das Sagen hat, wie man die ehemal so stolze Kanzlerpartei halbiert hat. Das heißt also, es gibt schon, wenn auch nur im Hintergrund, eine gewisse Gesprächsbasis? Wie Sie wissen, koalieren wir in mehreren Bundesländern auch mit der österreichischen Volkspartei, nicht zuletzt in Niederösterreich und auch in Salzburg. Da wird immer gesagt, das ist Bundes- und das ist Landesebene, das ist ein Unterschied. Ja, das hat man auch gesagt, nicht mit der FPÖ im Vorfeld der Landtagswahlen. Also wie viel solche Aussagen wert sind, das weiß auch mittlerweile die Bevölkerung und das wird dann taktisch halt nicht mehr wirklich reingehen. Ich würde nur ein bisschen vorsichtiger sein mit solchen Aussagen aus der österreichischen Volkspartei, weil die Glaubwürdigkeit eh nicht mehr die höchste ist und dass man sich weiter die Glaubwürdigkeit ramponiert, ist denke ich nicht klug, wenn ich diesen Ratschlag mit auf den Weg gehen darf. Jetzt weiß ich nicht, wie genau Sie den Österreichplan des Kanzlers studiert haben, aber es kommen ein paar Punkte vor und da wollte ich gerne wissen, ob sich da eigentlich die FPÖ angesprochen fühlt. Das ist, Punkte Sachleistungen statt Geldleistungen für Asylwerber, eine Leitkultur, Vorgaben für die Integration, Vorgaben für die Staatsbürgerschaft, Vorgaben für Sozialleistungen und so weiter. In Wahrheit ist es eine Blaupause der Freiheitlichen Partei, wie man es ja schon einmal versucht hat von Seiten der ÖVP. Deswegen kann ich, um mit etwas Positiven zu beginnen, durchaus der ÖVP ausrichten. Das sind durchaus Punkte, die sich als Juniorpartner in eine Koalition hineinverhandeln können. Das wird auch dann funktionieren, weil sie ja auch unsere eigenen Punkte sind. Was man schon dazu sagen muss zu diesem Plan ist, dass die Menschen in Österreich und gerade in einer Krise von Lügnern nicht viel halten. Also die Steuerung von einem Lügner ist dann der Serienlügner in die Politik übersetzt. Sind das die Parteien und die Politiker, die Wahlversprechen brechen oder beziehungsweise anders formuliert, die nach der Wahl etwas anderes machen, als sie vor der Wahl versprechen. Und da war schon interessant, was jetzt in Wels passiert ist, weil da ist dann Kanzler Nehammer auf den Plan getreten und hat geschafft, dass er all das, also das, was vor der Wahl versprochen wird, nach der Wahl zu brechen, innerhalb von einem Tag zusammengebracht hat, quasi in Union und vermanscht hat und diesen Beweis in einen Aufforscher zu sagen, angetreten ist, das wird nicht gutiert werden. Und deshalb ist es auch relativ unerheblich in Wahrheit, was in diesem Programm drinnen steht, weil ganz Österreich zu Recht die Frage stellt, wenn der Kanzler Kanzler ist, ausgestattet mit 37,5 Prozent, ja warum setzt er es dann nicht um? Und die Botschaft, die da noch mitrutscht, wahrscheinlich unbewusst durch die ÖVP, dass sie jetzt halt 2024 ein gesamtes Jahr gar nichts mehr umsetzen, was jetzt für viele Bürgerliche durchaus interessant wäre, sondern dann wie gesagt 2025 erst, ob das eine glückliche Botschaft ist, das wage ich zu bezweifeln. Also ich habe mir heute wirklich schon die Frage gestellt, ob wer da am Sessler von Karl Nehammer seht, weil ich glaube kaum, dass man da bewusst jemanden, wo hineinteatert, wo dann sowas herauskommt. Aber eins muss natürlich auch Sie zugestehen, die türkis-grüne Koalition ist, wenn man zurückblickt, eine der wenigen, die die komplette Legislaturperiode gehalten hat oder halten wird, falls nicht doch noch neue Wahlen kommen. Das kann man jetzt verschieden interpretieren. Die sitzen halt am liebsten beim Futtertrock, weil weitergebracht haben sie nichts und vorzuweisen haben sie auch nichts. Und dann sind wir auf dem Knackpunkt, was das übersetzt für die Bevölkerung heißt. Es ist in unserem Land nicht besser geworden, es ist in vielen Bereichen viel, viel schlechter geworden. Der Scherbenhaufen wird nach wie vor Tag für Tag größer. Also viele in der Bevölkerung hätten sich gewünscht, dass gerade diese Regierung, die Säunenschaden angerichtet hat, nicht so lang hält, sondern dass man vorzeitig erlöst wird. In Wels wäre jetzt die Chance gewesen, wo der Herr Nehammer ja Österreich in Wahrheit an die Republik erlösen hätte können, aus dieser Geiselhaft, dieser Unglücksregierung könnte man fast sagen, dass er sich da ein Herz fasst und sagt, okay, dann gehen wir wählen und dann auf in den Neustart. Und anstatt das Herz zu fassen, ist es ihm halt in die Hose gerutscht, dann war die Angst doch wieder größer, die Angst vor dem Souverän, die Angst vor dem Wähler, die Angst in dem Zusammenhang anscheinend auch vor der Demokratie, nämlich vom Volk. Und jetzt wird das Leiden nur verlängert und bringen wird das Ganze nichts der österreichischen Bevölkerung, vor allem wenn man jetzt auch weiß, dass man ja ankündigt, quasi heuer nichts mehr zu machen, sondern das verschleppt ins nächste Jahr. Gut. Man beschließt zumindest ein Informationsfreiheitsgesetz, was man elf Jahre lang nicht zusammengebracht hat. Die Freiheitlichen sind dagegen. Warum? Man muss einmal genau in den Detail schauen, was diese Regierung auf den Weg bringt und was diese Regierung umsetzt. Und das sind jetzt hinten hinaus ohnehin nur noch Symptombekämpfungen, mit denen man hier versucht, ein paar Monate noch irgendwie zu symbolisieren, dass man weiter arbeitet und weiter etwas zusammenbringt. In Wahrheit weiß aber jeder in ganz Österreich, die Luft ist draußen. Dementsprechend kommen auch die Gesetze daher. Also die großen Würfe sind dann nicht mehr dabei. Das ist ein Herumdoktern an der Oberfläche, auch was die einzelnen Punkte gibt. Und für solche Placebo-Geschichten, die durchaus auch immer wieder negativen Beigeschmack mit sich bringen. Das werden wir Freiheitlichen nicht mittragen. Man sollte doch einem Gesetz zustimmen. Das ist eine neue Wahl. Man muss wissen, das kommt als Gesetz daher. Dann sind die Karten neu gemischt. Und dann kann man Österreich auch wieder herausführen aus dem Untergang, wo man Österreich jetzt von Seiten dieser Bundesregierung hineingeführt hat. Es ist so, Karl Nehmer hat nach der Rede dann in der ORF-Pressestunde Herbert Kickl als rechtsextrem bezeichnet in seinen Aussagen. Und da geht es um ein Wort. Er hat beim Neujahrstreffen in Bremstetten gesagt, Fahndungsliste. Ist er da zu weit gegangen? Ist er nicht. Man muss wissen, die Großveranstaltungen, bei denen Herbert Kickl auftritt, mittlerweile werden ja die größten Hallen Österreichs zu klein erfüllt. Da kann man dann gerne auch mal ziemlich direkt formulieren. Und wenn man den Zusammenhang kennt, im Zusammenhang mit Corona und der Corona-Aufarbeitung, die die ÖVP schon ewig verspricht, aber natürlich nicht umsetzt und die auch nicht daherkommt auf Bundesebene, ohne freiheitlichen Regierungschef. Da ist es darum gegangen, all die zur Verantwortung ziehen, die erstens einen großen Schaden angerichtet haben, die zweitens einen Schaden angerichtet haben, wenn ich das ein bisschen ausführen darf, vom Schaden, die einen Schaden angerichtet haben, wirtschaftlich, direkt mit einer Spur der Verwüstung durch unser Land, die einen gesundheitlichen, super grauen Schaden angerichtet haben, bis hin zu den gesamten Kinderseelen, die da zerstört wurden. Aber auch, wo es Bereicherung gegeben hat, wo man bis heute keine Transparenz lebt und nicht hineinschauen kann. Und da kann man dann definitiv von einer Verhandlungsliste pointiert sprechen, was ja nichts anderes heißt, wie bei der Polizei, dass man sich das Ganze anschaut, auch rechtlich anschaut. Und es würde mich nicht wundern, wenn es dann auch zu der einen oder anderen strafrechtlichen Verurteilung kommt, gegen wen auch immer, bei all das, was bei Corona aufgeführt worden ist, vom Schaden bis zur Bereicherung über die teilweise Freundinwirtschaft, die da im Raum steht. Und dann kann man das Kind auch beim Namen nennen. Apropos rechtlich anschauen, es ist ja so, es könnte auch sein, dass in dem Urschuss der ÖVP der Finanzskandal, also innerhalb der FPÖ, war ja die FPÖ eigentlich geschädigte, aber trotzdem, wie das Ganze gelaufen ist, von der Steiermark ein Thema wird. Wie sieht man das bei den Freiheitlichen? Ja, mit völlig offen, also wie Sie es gerade dankenswerterweise im Vergleich zu anderen Medien richtig erwähnt haben, die FPÖ ist in diesem Fall geschädigter. Und gehen tut es um einen Mitarbeiter, der Selbstanzeige gemacht hat, gehen tut es um ein paar Gemeinderatsproponenten. Gebracht wird das Ganze natürlich jetzt auch von der ÖVP Richtung Urschuss, ein bisschen anders. Ich würde keinen österreichweit interessiert, dass ein Herr E, der Mitarbeiter war, der sich da selbst bereichert hat, am Rücken der Freiheitlichen Partei, also in Wahrheit hat er ja mutmaßlich uns ins Taschel hineingegriffen. Und man versucht das jetzt aufzublustern gegen einen Mario Kunasek-Einmedium in Österreich, er blödert sich nicht einmal, das aufzublustern gegen Herbert Kickl, oder das zu versuchen, sich aufzublasen Richtung Herbert Kickl. Wie gesagt, wir sind dem relativ gelassen entgegen und sind durchaus dankbar, wenn wir da darüber sprechen können und wenn da völlige Transparenz herrscht. Und deshalb haben wir wieder absolut kein Problem damit, wobei das ein Manöver von der ÖVP natürlich auch durchschaubar ist. Man versucht einfach zu skandalisieren, weil erstens die österreichische Volkspartei die Steiermark nicht verlieren will und Sie kennen vielleicht die letzte Umfrage, wo es die ÖVP zertrümmert in den Umfragewerten. Also da ist ein bisschen eine Schützenhilfe auch für einen vorblosen Herrn Drexler mit dabei von Seiten des Bundes und dass man natürlich da versucht, Nebelgranaten rund um den Kofag-Untersuchungsausschuss auch auf den Weg zu bringen. Dieses Spiel, das kennen wir durchaus auch. Also Sie glauben nicht, dass Mario Kunasek über das stürzt? Nein, schließe ich aus. Er hat eine Führungsverantwortung übernommen, auch in der Kommunikation und ist natürlich dadurch auch ein Angriffsbild des politischen Gegners. Muss man schon sagen, gehört auch zur Politik dazu. Ich suche mir immer den Ansatz und schaue, dass ich den wieder wische und dass er Dreckpicken bleibt. Im Vorfeld einer Wahl halten wir aus, weil halt ein Mitarbeiter, der in Wahrheit die Partei geschädigt hat, in der Erzählung der anderen Parteien relativ uninteressant ist. Asylpolitik, Teuerung, Neutralität, Abrechen und Corona-Politik. Also Corona-Politik, diese Themen der FPÖ, die sind eh klar. Ein Thema, was auch jetzt in der Parlamentssitzung aufgetaucht und was ist der ORF? Ich meine, es ist interessant, man wird im ORF sehr viel diskutieren über die Wahl, aber man nimmt sich den ORF als Thema her. Nur wegen der Haushaltsabgabe? Die Haushaltsabgabe ist genau das Gegenteil von dem, was der Kanzler zum Beispiel verspricht. Da sieht man eigentlich relativ gut, wie die Politik und dieses selbst in die Unglaubwürdigkeit stürzen der österreichischen Volkspartei und von Nehammer funktioniert, dass man bei einer Rede behauptet, man will Österreich entlasten und gleichzeitig flattert eine neue Zwangssteuer ins Haus und die jeden Haushalt in Österreich trifft. Und von dem her natürlich ein interessantes Thema. Und das Zweite ist, dass das, was im ORF teilweise passiert, dass wir der Meinung sind, dass das einfach nicht sein darf. Das ist ein Privilegien-Stadel wie nie zuvor, der jetzt noch zusätzlich unterstützt wird mit einer Zwangssteuer auf Kosten der Bürger, die vergattert werden, egal ob sie das Programm sehen wollen oder nicht sehen wollen, dass man das schaut. Und da kann man sich durchaus überlegen, dass das nicht ewig so weitergeht. Also das fängt bei der Finanzierung an, dass man sich überlegt, findet man andere Finanzierungsformen, zum Beispiel, dass es budgetfinanziert ist. Aber bevor er jetzt nur noch einen Privilegien-Stadel aufrechter erholt, dass ich auch andere Wege wirklich offen durchdenke und durchdiskutiere. Wir sagen das nicht, Kurier-TV, wenn man das offen ausschreibt, einzelne Bereiche, die öffentlich-rechtlich sind und die es definitiv braucht, warum nicht einen Teil Kurier-TV macht, einen Teil Servus-TV, einen Teil der OEF selbst. Und dann ist mit Privilegien-Stadel vorbei und dann muss man auch im OEF beginnen zu wirtschaften, wie es ja alle anderen auch müssen. Und vielleicht wird es dann, oder ziemlich sicher wäre es dann sogar objektiver, was unterm Strich herauskommt. Also wir sind da gegen Denkverbote, aber natürlich ist der Hauptgrund jetzt die OEF-Zwangssteuer, weil das das mitten in der Teuerung daherkommt. Das ist aus unserer Sicht eine absolute Verhöhung der Bevölkerung, vor allem, wenn dann hinten nach noch vom Kanzler behauptet wird, ich würde euch eh entlasten, aber dann halt im Heuerneut, sondern im nächsten Jahr, wenn ich mich und meine Partei halbiert habe und zwar dann die Kraft nicht mehr habe, aber dann glaubt mir, dann kommt natürlich was der Herr. Also das ist ja schon eine absurde Erzählung. Aber die FPÖ verspricht, dass sie, wenn sie in der Regierung dabei ist, dass die Haushaltsabgabe wieder abgeschafft wird. Aber das wird man allein auch nicht schaffen können. Aber Seniorpartner werden mir es leichter haben, etwas hineinzuverhandeln. Und da bin ich mir sicher, dass wir viele Punkte umsetzen können im Sinne der Bevölkerung. Und da gehört die OEF-Zwangssteuer auf alle Fälle dazu, weil ja niemand etwas davon hat, wenn ich eine Zwangssteuer einführte, dann am Königlberg versumpft. Also ich glaube, da findet man schon Partner auf breiter Front, dass wir das dann wieder zurechtrücken, was halt jetzt zurzeit leider in die falsche Richtung unterwegs ist. Zum Abschluss eine Frage noch. Sie haben es ja vorher schon erwähnt. Es gibt drei Bundesländer, wo eigentlich ÖVP mit FPÖ regiert. In der Bundesführung, wie zufrieden ist man mit diesen schwarz-blauen Koalitionen? Sehr zufrieden. Sehr zufrieden aus verschiedenen Gründen, weil natürlich freiheitliche Handschrift in immer mehr Bereichen sichtbar wird. Und das ist der Grundauftrag eigentlich an jede Partei, dass man dort, wo man etwas umsetzen kann, auch etwas umsetzt. Stichwort zum Beispiel jetzt nur Corona-Fo in Niederösterreich, Genderverbot in Niederösterreich, aber auch in den anderen beiden Bundesländern. Und das Zweite, was natürlich auch interessant ist, die Erzählung. Man würde ja nicht mit den Freiheitlichen koalieren von vor der Wahl, dass das bewiesen ist, dass das nach der Wahl nichts wert ist bei der österreichischen Volkspartei. Darüber sind wir natürlich auch nicht traurig. Also wir sind dankbar für die gute Arbeit, die in den Bundesländern passiert. Egal ob bei Manfred Heimbuchner, bei Nudo Landbau und bei der Melene Swacek. Und da werden wir schauen, dass wir einfach das, was jetzt auf Bundesebene teilweise an guter Arbeit passiert, und das ist jetzt der Knackpunkt, obwohl wir dort Juniorpartner sind. Das heißt, man tut sich viel, viel schwerer, dass man an den großen Schrauben dreht, als wenn man der Regierungschef ist. Aber dass das bereits in Umsetzung ist und auf Bundesebene, sagen wir deshalb auch, wollen wir den Regierungschef stellen in Form eines Volkskanzlers, damit wir auch an den großen Schrauben im Sinne der Bevölkerung drehen können. Egal ob es dann die Entlastungen sind, was die steuerliche, über die OF-Steuer hinaus Sicht betrifft. Aber auch natürlich um den Standort wieder zu stärken und viele andere Bereiche von Asyl. Und Sie haben die Themen ja auch angesprochen, wo wir dann vieles wieder richten werden, was jetzt leider die letzten Jahre zerstört wurde. Okay, man wird es sehen im September. Herr Schnedlitz, danke für das Gespräch. Danke für die Einladung. Und Ihnen danke fürs Zusehen.